Ja, schönen guten Tag, weil es gerade aktuell ist. Ihr werdet es höchstwahrscheinlich schon bemerkt haben, oder zumindest einige von euch. Wenn ihr auf irgendein Video geht und irgendeinen Kommentar schreiben wollt, beziehungsweise einen Kommentar beantworten wollt, äh, äh, geht nicht. Ziemlich doof, dummer Bug von YouTube. Für Firefox-Nutzer gibt es aber eine Lösung, und die nennt sich, ähm, ist eine Kombination aus zwei Dingen, nämlich einmal einem Add-on, das nennt sich GreaseMonkey. Link bekommt ihr in die Beschreibung. GreaseMonkey, ja. Damit kann man, äh, Benutzerskripte auf dem, ähm, Rechner installiert, beziehungsweise für den Firefox eben installieren, die gewisse Änderungen auf Seiten vornehmen. Und wenn ihr dieses Tool installiert habt, dann könnt ihr unter User Scripts auf eine spezielle URL gehen, die ich euch auch posten werde, und dort ein Skript installieren, was genau diesen Fehler behebt. Das hab ich jetzt schon gemacht. Hab also einfach GreaseMonkey an, und was der Effekt ist, wenn ich das Ding hier neu lade, kann ich jetzt wieder problemlos antworten. Ich hoffe, das hilft euch, äh, und tschüss. 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 Vielen Dank.